So, eine Frage hätte ich noch. Was denkt ihr, warum wurdet ihr für den Teacher of the Year nominiert? Claudia hier, super organisiert Fachkoordinatorin und managt unsere Abschlussprüfungen. Einfach die Beste, du bist super. Du bist super. Marion hier hat durch ihre Kooperation mit McDonalds das Berufspraktikum Plus an unsere Schule gebracht. Du bist super. Du bist super. Mit der Umsetzung unserer Idee, angenehm anders als alle anderen, hast du es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglicht, den perfekten Berufsentieg zu haben. Du bist super. Du bist super. Als im Lockdown kaum Praktikumsplätze waren, hast du extra Praktika-Wochen an unsere Schule organisiert, damit unsere Schüler Chancen am Arbeitsmarkt haben. Du bist super. Du bist super. Du bist super. Du bist super. Dress up your life. Du hast unseren Kids beigebracht, wie sie sich perfekter jeder Gelegenheit kleiden. Du bist wirklich der Best. Du bist super. Du bist super. Du bist super. Sie ist super. Nein, du bist super. Du bist super. Du bist super. Du bist super. Marion Maurer und Claudia Tussek sind in vieler Hinsicht komplette Gegensätze. Aber so wie Schule und Berufspraxis arbeiten sie einfach A hoch 5 zusammen zum Erfolg der Absolventinnen der VBS Augarten. Wir sind alle super. Wir sind alle super. Weltsuperndsten. Wir sind alle super. Wir sind alle sehr. Wir sind alle super. Wir sind alle sehr. Wir sind alle sehr.